Ein Experiment einer Harvard-Psychologin. Vor dem Kopierer steht eine Warteschlange. Sie fragt, entschuldigen Sie, ich habe fünf Seiten. Würden Sie mich bitte vorlassen? Circa 70% willigen ein. Im nächsten Versuch fragt sie, entschuldigen Sie, ich habe fünf Seiten. Würden Sie mich bitte vorlassen, weil ich bin sehr in Eile? Jetzt lassen Sie 94% vor. Überraschend, der dritte Versuch. Nun fragt sie nämlich, entschuldigen Sie, ich habe fünf Seiten. Würden Sie mich bitte vorlassen, weil ich möchte ein paar Kopien machen? In dem Fall war das Ergebnis zur Situation 2 fast ident. 93% lassen sie vor. Ja, was macht den Unterschied? Das Wörtchen, weil. Menschen sind süchtig nach Begründungen. Psychologen nennen das die Begründungsrechtfertigung. Wie können Sie diesen Effekt für Ihr Verkaufsgespräch nutzen? Begründen Sie jede Ihrer Vertriebsinitiativen. In einem Telefonat sagen Sie, der Grund, weshalb ich Sie heute anrufe, ist ... Fragen leiten Sie ein mit Formulierungen wie, damit ich verstehe, wonach Sie suche und Ihnen ein gutes Angebot machen kann, möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Ist das in Ordnung? Ihre Angebotspräsentation leiten Sie ein mit, damit Sie eine gute Entscheidung treffen können. Möchte ich Ihnen jetzt noch zeigen, was unser Gerät alles für Sie leisten kann. Untertitelung des Zamanes